Herzlich Willkommen zum Schwarmsockertag. Heute bei uns hier im Elfer ist der Harry Mack von der DOK Lechhausen. Wir werden mit dem Harry ein bisschen über die Situation der DOK in der Platz 6 Liga Mack sprechen. Ja, Harry, herzlich Willkommen. Hallo. Ja, Harry, die Situation ist klar. Ja, vier Spieltage sind gespielt. Ein Punkt steht auf dem Konto. Ein Unentschieden gegen Lettingen und danach drei Niederlagen. Wie ist die Situation, Harry und der Mannschaft und den Verein? Die Stimmung? Na ja, gut, dass die Stimmung momentan nicht auf dem Höhepunkt ist, das ist auch klar. Es hängen mindestens um sechs Punkte hinterher. Na ja, gut, war halt miserabel statt. Da müssen wir heute das Feld schauen, dass wir es von hinten aufmachen. Einen Moment, bist ja du verantwortlich. Euer Trainer, der Griezo Kovacic, ist momentan im Urlaub. Wann stößt er wieder zur Mannschaft? Ja, Griezo wird am 5. September wieder zur Mannschaft stoßen. Dann ist der Urlaub beendet. So lange bin ich allein verantwortlich. Wie gesagt, schauen wir uns mal die Spiele an, Harry. Ein Auftaktspiel war gegen Göttingen 1-1. Danach drei Niederlagen gegen Burgheim, Oberndorf, zuletzt gegen Neusses im Dalby. 2-0 unterlegen. Zufrieden kann man da nicht sein, oder? Na, sicher kann man nicht zufrieden sein, das ist klar. Da es die Punkte fehlen und Fußball da rein zu geben, das ist klar, dass man da nicht zufrieden sein kann. Aber es stimmt auch, ich bin zuversichtlich, dass wir gegen die Spiele eigentlich immer mithalten haben können und teilweise auch die bessere Mannschaft waren. Und natürlich auch dann der Pech dazu kommt, gegen Burgheim, 87. Minute, einen Sonntagschuss ins Eck kriegt. Gegen Neusses, einen Abfest, einen Freistoß, genau, einen Winkel rein. Also, das Einzige, was man selber vergeilt haben, ist Oberndorf, wo wir nach zwei Null-Führungen eigentlich das Spiel leichtfertig aus der Hand gegeben haben. Aber wie gesagt, wir haben mit allen Mannschaften mithalten können. Es fehlt uns momentan nur ein bisschen Beklärendis, die Alternativen, bedingt durch Urlaub und Verletzte. Also, das kann man momentan, also vom Kader ja ziemlich eng daher. Die Mannschaft hat ja auch etwas ein neues Gesicht bekommen in dieser Saison. Was auffällt, der hat fünf Spieler aus dem Innenbereich übernommen, die jetzt im Kader der ersten Mannschaft sind. Reicht der Kader die Qualität, um am Ende doch dann vielleicht irgendwo im gesicherten Mittelfeld zu landen? Ja, ich denke schon, dass der Kader auf alle Fälle reicht. Auch mit den Jungen, die machen es eigentlich recht gut, sind alles gute Fußball und nette Kerle, passen eigentlich gut zur Mannschaft, gut, klar, brauchen auch noch ein bisschen Zeit die Jungen jetzt da. Aber ich denke, die kommen, also zwei werden sie mit Sicherheit einen Stammplatz erarbeiten, auf kurzer Zeit jetzt da. Und ich denke schon, dass eigentlich der Kader stark genug ist, dass wir im gesicherten Mittelfeld mitspielen können. Wie gesagt, vier Spieltage gespielt hatte, da leigt man aber leichter mal dazu zu sagen, ja, es sind vier Spieltage, wir haben nur genügend Zeit, um Punkte zu holen, um Siege einzufahren. Jetzt wenn man sich aber bei der Situation anschaut, ein Punkt nach vier Spielen, jetzt kommt aber den Alten-Münster-Tabell letzte, der auch erst einen Punkt hat. Und dann eine Woche später geht es nach Kronbach, die am Auer momentan erst einen Punkt. Wenn man solche Spiele dann natürlich jetzt auch noch verliert, dann läuft man natürlich auch Gefahr, dass man bis zum Winter schon mal unten drinsteht. Wie siehst du das? Gut, das ist klar, dass wir die beiden Spiele auf alle Fälle nicht vergehen dürfen. Das Nächste ist natürlich, dass wir es gegen einen Münster, muss ein Dreier her, von der Mannschaft, müssen sie jetzt nochmal zusammenreißen, wir müssen schauen, dass wir den Dreier holen. Und in Kronbach, denke ich, sind wir sicher auch nicht raus. Also, wie gesagt, die Spiele von uns, die stimmen mich schon zuversichtlich, dass wir die auch schlagen können. Und klar, wenn wir dann beide verlieren sollten, dann wird es natürlich zusammen duschen, dann stehen wir sauber mit Rücken an der Wand und das dann zu kompensieren. Bis zur Winterpause wird wahrscheinlich dann verdammt schwer werden. Aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass wir aus den zwei Spielen sechs Punkte holen und dann sieht die Weitschule anders aus. Die Dirk Hallighausen hat jetzt im letzten Jahr in der Süd gespielt. Jetzt ging es mit der Umgruppierung in die Nordstaffel. Wie schätzt du die Liga ein? Ist sie stärker? Ist sie gleich? Oder gibt es da einen Unterschied? Ja, ich kann jetzt nicht so viel sagen. Also, die drei Mannschaften, die wir bis jetzt gehabt haben, die können durchaus Bezirksliga Süd ausspielen. Also, vom Niveau her ist also da nichts um. Wir sind Neussetzkämmer, die waren letztens mit uns in der Bezirksliga Süd. Die sind stark wie eh und je. Also, momentan kann ich keinen großen Unterschied in die Hälfte machen zu Bezirksliga Nord oder Bezirksliga Süd. Also, mit Sicherheit momentan sage ich mindestens gleichwertig. Gut, Harry, wo steht die DOK am Ende der Saison? Ja, ich hoffe, dass wir uns die Vorgaben einhalten können, dass wir zwischen Platz 1 und 5 doch noch schaffen können und dann sind sie dann trotzdem schlecht gestattet. Gut, viel schlechter kann es wieder ändern werden. Ich bleibe mal ein bisschen mit Humor bei der Sache. Aber gut, wir wünschen euch natürlich für die nächsten Spiele alles Gute, die notwendigen Punkte. Und bedanke uns hier dann bei dir, Harry, fürs Vorbeischauen und alles Gute fürs Vorbeischauen. Also, ich will dir das gleich. Ich will dir das gleich. Vielen Dank.